George Michael stirbt am Sonntag überraschend an Herzversagen. Sein Leben widmet der Last Christmas Sänger einzig der Musik. Und dieser Weg sei auch für ihn vorbestimmt. Neben seiner Musik macht George auch durch zahlreiche Eskapaden Schlagzeilen. Seine Fans sind dem Ausnahmekünstler dennoch stets treu. Und diese Fanliebe bleibt sicher auch über seinen Tod hinaus. Sein Leben.